Hallo und Willkommen zu SynchroTime. Ja heute werden wir uns um den Boden kümmern. Wir haben im Moment nur die Siebdruckplatte und darüber wollen wir etwas schöneres machen und deswegen haben wir uns diesen PVC-Boden besorgt, den ihr dann gleich sehen werdet. Und den werden wir zuerst anpassen und dann mit extra starken doppelseitigen Klebeband fixieren. Und das seht ihr im heutigen Video. Viel Spaß! 1 1 2 3 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sitzen jetzt auf unserem zugeschnittenen Boden. Diesen werden wir jetzt mit dem Verlegeband extra stark festkleben. Und das seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.